Wir sind doch so schön geschehen! Wir sind so schön geschehen! Das ist ein Kasselruggerät! Das ist ein Kasselruggerät! Ja, wir haben gerade noch zwei Tonnen auf der Pusch! Ja, da haben wir schon noch einen Kasselruggerät! Dann werden wir schon mal in der Pax! Dann haben wir hier noch ein Kasselruggerät! Wir haben hier noch einen Kasselruggerät! Das ist ein Kasselruggerät! Ich weiß nicht, wie es mir nicht gibt, warum wir hier noch nicht. Das ist so schön. Es ist auch nicht wichtig! Es ist ein Kasselruggerät! Das ist schlecht! So was, hohe Sie in der Paxelruggerät! Ich wünsche mir ein paar Minuten. Das ist eine Art Zweck von den Loutern auf der Maschine frei, aber auch so schnell wie viele Sitze gibt. Ja, ja. Nicht 40. Nicht 40. Ja, ja. Aber wenn man zu Hause kommt, dann kommt man mit dem Schwein, die man draufsetzen, noch zu. Ordentlich gesagt, muss man ja mitfahren, wenn man in die Louten von in zwei Metern jetzt ist, wenn man zum Schwein nach unten kommt, dann kommt man in die Louten, das ist ein Kreuz. Also man muss mitfahren. Bei unserem Ausfall, wenn ich noch mal die Schäuble von da draufsetzen, muss man wieder nachs zu fahren. Ja. Ja, ich hab's auch mal, ich hab's doch mal. Geh' doch mal ein bisschen. Ja, ich hab's schon mal. Ah, ich hab's schon mal. Oh, das ist doch egal. Ich hab's schon mal. Der Chateau ist genau da. Und genau da. Ja, ja.